Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dieser Online-Präsentation der Ergebnisse von Performance-Projekt 5, der Fuchsrichter-Prüfinstanz. Zahlreiche Vermögensverwalter legen einen Fondsmantel um ihre hauseigene Vermögensverwaltung. Und innerhalb dieser Fonds betreiben sie Portfolio-Management. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Vermögensverwalter, kaum eine Bank, die keinen solchen oder keine solcher Fonds aufgelegt haben. Und kaufen kann die im Grunde jeder am Markt. Jeder, der über die Wertpapier-Kennnummer dieser Vermögensverwaltenden Fonds verfügt. Und aus zwei, drei kann man sich eben auch ein sehr breit aufgestelltes Portfolio zusammenstellen, was dann eben auch entsprechend Risiko angepasst ist, je nachdem welche Fonds man sich hier auswählt. Aber inzwischen gibt es auch eine mächtige Konkurrenz für diese Fonds, nämlich die börsengehandelten Indexfonds, die ETF, deren Volumen im Grunde Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche weiter ansteigt. Und die haben eben einen deutlichen Vorteil, sie sind günstig. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich dann noch der Kauf von aktiv gemanagten Vermögensverwaltenden Fonds? Haben die einen effektiven Vorteil, einen Ergebnisvorteil? Und dem ist die Fuchsrichter-Prüfinstanz in einem mehrjährigen Projekt, dem Performanceprojekt 5, eben nachgegangen. Und die Ergebnisse möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Philipp Heinrich aus der Fuchs-Redaktion vorstellen. Und Herr Heinrich, was war denn jetzt eigentlich nochmal der Rahmen für dieses Projekt? Ja, herzliche Grüße an dieser Stelle auch von mir. Sie erwähnten es schon eingangs, es war ein mehrjähriges Projekt, fünf Jahre an der Zahl, vom 01.01.2017 bis zum 31. Dezember 2021. Also es ging vor drei Wochen zu Ende. Das sind 60 Monate. Schon ein Zeitraum, wo man sagt, da passiert einem in Börsen so einiges, da müssen Banken und Vermögensverwalter, ihr könnt doch durchaus unter Beweis stellen. Und das taten auch in der Tat einiger. Und zwar 74 an der Zahl. 74 Banken und Vermögensverwalter aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nahmen teil. Es war eine große Mischung. Kannst du mal ein paar Namen nennen? Ja, gerne. Aus Deutschland fallen mir da ein, die Commerzbank, die Deutsche Bank, alteingesessene Häuser wie das Bankhaus Metzler, die Fugger Privatbank. Ich denke an die Schweiz und denke an die Nachhaltigkeitsbank LoBalance oder an PickTee. Ich gehe ins kleine Lichtenstein und habe die LGT Bank vor Augen oder die VP Bank. Ich denke an Österreich und an den Sieger aus dem Tops Report 2022, das Bankhaus Spengler. Oder auch Scheerheimer Capital, auch eine Bank, die schon sehr lange quasi immer mal wieder über unser Radar schwirrt. Eine sehr breite und große Mischung sowohl regional als auch einfach von der Größe her. Kann man sagen. Ja. Ja und die mussten sich jetzt mit folgender Situation auseinandersetzen. NoLens Vorlands. Also ein Privatkunde, 45 Jahre alt, der wollte für den Ruhestand ansparen und hatte sich jetzt noch einen Zeitraum gesetzt von 15 Jahren, also bis zu seinem 60. Lebensjahr. Und er hatte zur Verfügung eine Million Euro liquides Vermögen. Das konnte also in vermögensverwaltende Fonds angelegt werden, respektive in ein ETF-Portfolio. Und ja, jetzt hat er sich neben erstmal einem fünfjährigen Zeitraum, Beobachtungszeitraum ein Ziel gesetzt, nämlich der Verlust, also neben der, natürlich neben dem Vermögensaufbau, sollte der Verlust, der entsteht, nicht größer sein als 25 Prozent vom zwischenzeitlich erreichten Höchststand. Also es sollte nicht mehr als 25 Prozent davon runtergehen. Dieser Maximum-Drawdown, wie er in der Fachsprache heißt, der war eben ein wichtiges Ziel, was nicht gerissen werden durfte. Aber es gab noch ein paar andere Punkte, die zu beachten waren, Herr Heinrich. Ja, der Kunde hatte daneben noch den Wunsch, dass natürlich, wie Sie schon sagen, die Banken und Vermögensverwalter seine Vorgaben überhaupt erstmal einhalten. Und genauso wollte er es auch sehen, dass das ETF-Portfolio schafft, diese Vorgaben einzuhalten. Logisch. Und dann am Ende natürlich im Vergleich, wer schafft es denn jetzt eigentlich besser? Die Banken und Vermögensverwalter oder das ETF-Portfolio, das er sich, mal ganz salopp gesagt, in fünf Minuten zu Hause auf der Couch am Abend noch schnell hätte zusammenbauen können. Vielleicht dazu noch, was war das überhaupt für ein ETF-Portfolio? Ich denke, das interessiert, ja. Es besteht aus drei ETFs, und zwar zu 50 Prozent aus Aktien und zu 50 Prozent aus Anleihen. Ein moderates, ein ausgewogenes Portfolio, könnte man sagen. Der Aktienbaustein wurde mit einem ETF auf den MSCI World abgebildet. Das ist ein global investierender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Europa und den USA, muss man sagen. Das war die eine Hälfte. Die andere Hälfte bestand aus Anleihen, einerseits aus Staatsanleihen, die machten 25 Prozent des Gesamtportfolios aus und dann nochmal 25 Prozent Unternehmensanleihen. Das Setup, der technische Rahmen, in dem sich die Teilnehmer und natürlich auch das ETF-Portfolio bewegt haben, das stellt uns jetzt Thorsten Reischmann vor, der die Ausführungen hier von uns verfolgt hat, und zwar aus Frankfurt. Hallo, Herr Reischmann. Sie sind uns von dort aus zugeschaltet. Kurz Ihre Vorstellung. Herr Reischmann ist verantwortlich für das Produktmanagement, Portfolio-Management und Beratungsprozesslösungen bei Infront Financial Technologies. Infront ist unser Partner, früher war das VWD, unser Partner für die Kursdaten in den Projekten, und zwar schon seit zehn Jahren, seit wir die Performance-Projekte durchführen, und stellt auch das technische Equipment für die teilnehmenden Vermögensverwalter zur Verfügung. Insofern ist niemand besser geeignet, denke ich, als Sie, Herr Reischmann, uns zu erklären, in welchem Rahmen, in welchem technischen Rahmen, haben sich denn die Teilnehmer hier bewegt? Sehr gerne, Herr Fiel, aber vielen Dank für die Einladung. Bevor wir zum konkreten Setup des Projekts kommen, darf ich ganz kurz Infront vorstellen. Wir sind seit vielen Jahren etablierter Anbieter von Software und Finanzmarktdaten, vor allem für Banken, Vermögensverwalter, aber auch andere Finanzdienstleister und Unternehmen. Unsere Lösungen unterstützen die Automatisierung und die Digitalisierung von Investmentprozessen. Dazu stellen wir Marktdatenterminals, Portfolio-Management-Systeme und Beratungsprozesslösungen für professionelle Anwender bereit. Zugleich unterstützen wir aber auch den digitalen Endkundenkanal durch Lösungen wie Postbox oder Online Depot-Einsicht. Unsere technische Plattform stellt dabei sicher, dass die verschiedenen professionellen Anwendergruppen und die Endkunden immer wirklich dieselben aktuellen Informationen bekommen. Okay, das ist jetzt der Gesamtrahmen, ich sag mal das Portfolio, was Sie als Leistung anbieten können. Was davon kam jetzt beim Performance-Projekt 5 zum Einsatz? Genau, für das Projekt stellen wir einen Teil unserer Private-Welf-Plattform bereit. Die Teilnehmer können damit also genau solche Anwendungen nutzen, wie sie sie auch in ihrem Tagesgeschäft verwenden. Damit wird größtmögliche Realitätsnähe erreicht. Ganz konkret können die Teilnehmer wie im Tagesgeschäft ihr Portfolio umschichten, also Verkäufe und Verkäufe tätigen und sich Berichte über die Vermögensentwicklung über ihr Portfolio jederzeit aktuell ausgeben lassen. Okay, also wir halten fest, es war, es ist wie im wahren Leben. Das heißt, wir haben im Grunde so gearbeitet, wie sie jeden Tag auch an ihren Terminals sitzen und arbeiten, konnten das eins zu eins so übersetzen. Es gab aber noch zwei andere, zwei, drei andere Voraussetzungen auch technischer Art, Herr Heinrich, die bei dem Performance-Projekt eine Rolle spielten. Welche waren das bitte? Ja, die allerwichtigste, die da zu nennen wäre, ist sicherlich, dass es aktive und passive Teilnehmer gab. Aktive Teilnehmer, also welche, die wirklich selbst teilgenommen haben und passive Teilnehmer, das waren solche, denen wir ein Portfolio zusammengebaut haben aus am Markt erhältlichen Fonds. Zudem konnte man die Projektstände jederzeit online einsehen auf fuchsrichter.de, sodass auch dadurch größtmögliche Transparenz jederzeit gegeben war. Wie haben wir denn jetzt diese Portfolios und deren Ergebnisse vergleichbar gemacht? Also wir haben Auswertungen vorgenommen nach jedem Quartal einmal und haben da einen Punktescore gebildet, der sich im Wesentlichen zusammengesetzt hat aus drei Kriterien. Das erste Kriterium, das erste Maß ist die Rendite und die hat gezählt mit 50 Prozent. Das zweite ist ein Stressmaß, was so die Unruhe des Anlegers widerspiegelt, wenn es in den Verlustbereich geht und das ist die Sortino-Ratio. Und als drittes hatten wir dann noch ein Performance-Maß, Omega nennt sich das und das stellt das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zum durchschnittlichen Verlust in einem Betrachtungszeitraum dar. Und da heißt es, ein Wert, der eben größer ist als 1, da ist dann der durchschnittliche Gewinn größer als der durchschnittliche Verlust in diesem Zeitraum. Und insofern ein Wert, der möglichst hoch ist, ist eben auch besonders positiv für den Anleger. In Beziehung gesetzt wurde das immer zu der Leistung des Benchmarkportfolios aus ETF und daraus haben sich dann die Punkte errechnen lassen. Aber es gab noch zwei weitere Kriterien, die zu Punkt Abzug führen konnten. Nämlich einmal wollte der Anleger ja realen Kapitalerhalt. Das heißt, die Inflation musste immer mit berücksichtigt werden. Im Moment ist sie ja recht hoch und war sie ja auch schon im letzten halben Jahr und im letzten Jahr. Das musste also entsprechend erwirtschaftet werden und kam dann bei der Bruttorendite obendrauf als Anforderung. Und auf der anderen Seite gab es ja schon diesen Maximum Drawdown, von dem ich schon gesprochen hatte. Dieser Wert von 25 Prozent vom Höchststand, der nicht unterschritten werden durfte. Und wenn das dann doch der Fall war, auch dann gab es Punkte Abzug, der dann jeweils nach einem Quartal errechnet worden ist. Ja und aus diesen Komponenten setzte sich dann eben der Punktescore zusammen nach jedem Quartal ein. Und nach entsprechend 60 Monaten hat sich dann hier in der Summe das Endergebnis in Punkten errechnen lassen. Ja, wir erwähnten es schon eingangs, fünf Jahre, da passiert eine ganze Menge an den Börsen. Wir wollen einmal im Schnelldurchlauf diese fünf Jahre Revue passieren lassen und auf die wichtigsten Ereignisse nochmal hinweisen, zurückblicken. Wir beginnen 2017, da gab es einen neuen US-Präsidenten, der relativ polternd ins Weiße Haus einzog. Und da hauste, will ich mal sagen, Donald Trump wurde im Januar als US-Präsident inauguriert. Wenig später haben die USA dann auch das Pariser Klimaabkommen gleich verlassen. Aber auch in Europa gab es einige Meldungen und zwar Emmanuel Macron wurde französischer Präsident und hat sich angemacht, Europa ein bisschen zu verändern, wenn auch mit eher durchwachsenem Erfolg. Und dann das Jahr 2018. Jetzt beginnt der Handelsstreit zwischen USA und China, beschäftigt uns heute noch. Deutschland kriegt die nächste große Koalition 2017. Die Parteien, also war die Wahl schon, zog sich massiv in die Länge. 2018 dann wieder alle Erwartungen, dann nochmal eine GroKo. Und ganz wichtig für die Märkte, die FED hat den Leitzens angehoben. Ja, und 2019, ich würde mal sagen, das war ein Klimaschutzjahr. So würde ich es umschreiben mit einem Wort. Fridays for Future ging dort so richtig los. Es gab die großen Klimaproteste weltweit. Wir erinnern uns an die tausenden Menschen, die auf der Straße waren. Nicht nur in Deutschland, sondern in sämtlichen Städten der Welt. Wir hatten Europawahlen im Mai. Und auch noch zusammen sozusagen das Kind der beiden war dann am Ende der European Green Deal. Ein riesiges Finanzprojekt, das am Ende des Jahres vorgestellt wurde. Das nun über Jahrzehnte hinweg eigentlich die Klima- und Nachhaltigkeitspolitik in Europa fördert und fordert. Und letztlich auch die Verschuldungspolitiken prägen wird. Ja, dann 2020, das Jahr, in dem die Corona-Pandemie ausbricht und letztlich auch die Welt verändert, aber nicht die Märkte. Bislang jedenfalls nicht. Die FED jedenfalls hat sofort reagiert, den Leitzins auf null gesenkt. Und in diesem Jahr gab es auch in den USA wieder einen neuen Präsidenten. Oder zumindest die Wahl eines neuen Präsidenten. Joe Biden löst Donald Trump ab. Und im Januar 2021 wurde dann auch er inauguriert. Und unser damals noch Finanzminister Olaf Scholz sagte, wir packen die Pandemie mit einer Bazooka an. Ich weiß nicht genau, was dann das Äquivalent zu den USA war. Aber das billionenschwere Corona-Hilfspaket wurde 2021 beschlossen. Auch darüber haben sich die Märkte sehr gefreut. In Deutschland gab es wieder eine Bundestagswahl und das ist das Ende der Ära Merkel. Und der Finanzminister Olaf Scholz wird komplett überraschend Bundeskanzler. Damit hatte vermutlich am wenigsten er selbst gerechnet. Und zum Jahresende gewinnt dann der Ukraine-Konflikt Russland, die USA und die NATO wieder deutlich anschärfer. Hopp, hopp, was in so ein paar Jahren alles passiert. Ja. So, damit wird es Zeit, mal gemeinsam einen Blick auf die Ergebnisse in diesem Performance-Projekt 5 zu werfen. Und die sind einigermaßen ernüchternd. Nämlich, wenn wir das bekannte Bild des Eisbergs zu Hilfe nehmen, wo nur ein kleiner Teil über der Wasseroberfläche schwimmt, dann ist das hier genauso. Sieben Prozent sind somit über Wasser. Das sind fünf an der Zahl, die die Messlatte, das Benchmark-Portfolio aus ETF, übertrumpfen und übertreffen. 93 Prozent sind schlechter als diese Messlatte. Nach Punkten erzielen also weniger Punkte als das Portfolio aus den drei ETF. Ja. Und wer sind dann, Herr Heinrich, diese fünf? Ja, die glorreichen fünf, möchte ich sagen. Es ist nach Punkten ganz vorne liegt die Sigma Bank. Das einzige Haus aus Lichtenstein, das es schafft, besser zu sein als die Benchmark. Zudem gibt es noch zwei deutsche Häuser, die Gineon Vermögensmanagement AG und die Oddo BHF Aktiengesellschaft. Die einzigen beiden deutschen Häuser, die besser sind als die Benchmark. Und zwei österreichische Häuser, die es geschafft haben, die Benchmarks übertrumpfen, nämlich die Raiffeisen Capital Management und die Zürcher Kantonarbank Österreich. Diese fünf sind die einzigen, Sie sagten es bereits, von 74, die besser sind als unser ETF-Portfolio. Was ich besonders spannend finde, ist, dass man nicht sagen kann, es gibt ein Rezept, das alle befolgt haben, um die Benchmarks zu schlagen. Also ein Königsweg. Sie sind alle auf sehr unterschiedlichen Wegen da tatsächlich hingekommen. Wir haben zum Beispiel die Sigma Bank und Oddo, die beide mit sehr breit gestreuten Portfolios es geschafft haben, die Benchmarks übertrumpfen. Raiffeisen Capital Management hat einen einzigen Fonds verwendet und das war ein Nachhaltigkeitsfonds, mit dem es geschafft wurde, die Benchmarks übertrumpfen. Einer der übrigens zu 50 Prozent in Aktien plus minus und 50 Prozent in Anleihen etwa investierte. Die Gineon Vermögensmanagement AG, die bringen nochmal einen anderen Weg. Die hat sich total auf Zukunftsthemen, würde ich sagen, verschrieben. Einer ihrer Fonds war ein Digitalisierungsfonds, also Digital Leaders. Der andere war ein, ich würde sagen, Zukunftsthemenfonds, der neben Digitalisierung auch noch sowas wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Energiewende abgedeckt hat. Und schließlich die Zürcher Kantonalbank, die war das einzige Haus in den Top 5, die auf drei Fonds setzte. Einen sehr US-lastigen Fonds, einen mit einer breiteren Streuung und dann auch wiederum einen, den ich auch wieder mit Zukunftsfonds überschreiben würde, also Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Insgesamt kann man als Fazit festhalten, es gibt nicht den einen Königsweg, mit dem man garantiert die Benchmark schlägt. Alle fünf haben sehr unterschiedliche Wege gezeigt, um am Ende ins Ziel zu kommen. Hat auf einer Seite was Tröstliches, auf der anderen Seite hätten sich jetzt natürlich alle das Kochrezept gewünscht, wie man es macht, um die Benchmark zu schlagen. Ja, ich möchte mit Ihnen jetzt noch einen Blick werfen auf die, wir nennen das mal die Renditekönige. Richtig ist es, das haben wir auch so gemacht, Rendite und Risiko einzubeziehen bei der Bewertung, wie gut ein Haus am Ende ist. Denn sonst könnte man ein riesen Risiko eingehen und unter Umständen dann auch ganz tief fallen. Das wollte ja der Anleger nicht, der hatte ja diese 25-Prozent-Vorgabe. Deswegen musste man ja hier mit einem letztendlich ausgewogenen Portfolio rangehen. Aber wer hat denn jetzt den größten Gewinn erwirtschaftet in diesem Zeitraum? Und auch da fällt auf, nur zwei Häuser waren besser als die Benchmark, als das Benchmark-Depot, was 428.442 Euro Gewinn gemacht hat in diesen fünf Jahren. Und besser waren da nur Fonderheit, ein Vermögensverwalter aus Deutschland und auch hier Odo BHF, die jeweils noch einen Tick mehr erwirtschaftet haben. Und außerdem unter den zehn Besten, die auch ordentliche Gewinne eingefahren haben, waren auch hier die Sigma Bank, Geneon, dann die Zürcher Kantonalbank, Bärenberg, Raiffeisen Capital Management, die Deutsche Oppenheim Family Office, das Bankhaus Karl Spengler und die Globe Balance, um mal die zehn Renditekönige genannt zu haben. Ja, und schließlich wollen wir noch den Blick wagen auf, ja, ich sag mal, ein paar bekanntere, größere Häuser, wie die sich geschlagen haben, die jetzt nicht in den Top 5 vertreten waren. Zum Beispiel wäre da Bärenberg Platz 8, da würde ich mal fast sagen, knapp daneben ist auch vorbei. Es gibt noch andere Häuser, wie die Deutsche Bank, die DZ Privatbank, Flossbach von Storch, die sich eher so im Mittelfeld positionieren. Und dann gibt es auch noch Häuser, wie das Bankhaus Metzler, die Commerzbank, PicT aus der Schweiz. Also alles sehr, sehr größere Häuser, die auch alle im Wettbewerb mitgelaufen sind. Zum Teil aber es nicht geschafft haben, die Kundenvorgaben einzuhalten, deren Schwankungen, deren Stress im Portfolio zu hoch war, wo die Rendite nicht gestimmt hat. Die dadurch letztendlich es nicht geschafft haben, die Benchmarks zu übertrumpfen. Ja, wenn ich hier auf die Liste gucke, fallen mir auch noch auf, sogar so DJE Capital, der ist ja auch ein sehr bekannter Vermögensverwalter, wahrscheinlich sogar der bekannteste in Deutschland. Oder auch Warburg, die haben es auch nicht gepackt, die Benchmark zu übertreffen mit ihren Vermögensverwaltenden Fonds. Ja, das Ergebnis überrascht uns jetzt im Prinzip nicht wirklich grundsätzlich. Aber diese Deutlichkeit, die finde ich schon, ja, erschreckend ist gleich so ein großes Wort, aber sehr krass zu sehen einfach. Wie gesagt, nur sieben Prozent, fünf der Häuser aus unserem Teilnehmerfeld haben es am Ende geschafft, die Benchmark zu übertrumpfen. Auch das mäßige Abschneiden, jetzt vor allem bekanntere Häuser, die wir gerade eben schon kurz angerissen haben, auch das gibt es zu bedenken. Und das bedeutet jetzt am Ende für unseren Privatanleger, muss man sich ja fragen. Es heißt eigentlich, dass es sich nur in sehr wenigen Fällen wirklich lohnt, einen Vermögensverwaltenden Fonds eines Vermögensverwalters unter einer Bank zu nehmen und nicht ein einfach strukturiertes ETF-Portfolio. Und das sollte vor allen Dingen den Banken und Vermögensverwaltenden zu denken geben, weil das ja die Frage aufwirft, wo können die denn auch einen echten Mehrwert gegenüber diesen ETFs erwirtschaften? Ja, genau. Und wir werden das Ganze nochmal ausführlicher zusammenfassen in einem Special, das wir gerade vorbereiten. Wer wissen will, wann das rauskommt, das ist dann übrigens kostenlos zu beziehen. Wir stellen einen Link hier bei uns unter das Video und man sollte sich über diesen Link bei unserem Newsletter anmelden, denn da werden wir das bekannt geben, sobald das abrufbar ist, schreiben wir das im Newsletter natürlich auf. Und außerdem kann man auch beziehen hier bei uns ein Special zu 10 Jahre Performance-Projekte, wo wir nochmal zusammenfassen, was sich in diesen 10 Jahren getan hat. Wir sind ja inzwischen schon beim siebten Projekt, das war jetzt gerade Phase 1 von Projekt 5. Zwei laufen noch, Projekt 6, Projekt 7 sind gerade on the road sozusagen. Und ja, wer hier nochmal den Überblick gewinnen will, was hat sich in diesen 10 Jahren eigentlich so getan am Markt, aktiv versus passiv, der kann sich hier in diesem Special ein Bild machen, eben auch da der Link unter dem Video. Und ja, mit diesem recht ernüchternden Fazit, was wir hier ziehen mussten, es blieb uns ja nichts anderes übrig, wollen wir uns von Ihnen verabschieden, sagen herzlichen Dank fürs Interesse und Tschüss bis zum nächsten Performance-Projekt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.